Bum, ba, bum, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bum, ja hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Bad Arcade und ich habe mich heute für diesen Kran hier entschieden, weil alles andere zu schwer ist heute für mich, nur noch Bombenkräne oder Kräne, wo man halt eher vier Runden bauern statt drei und normalerweise ist dieser Kranaufbau relativ simpel, weil ja man muss nur gucken, dass man irgendwie aus der Mitte was rauszieht, dass halt alles andere durchfällt, ich glaube auch, es passt auch alles durch, beim Schmetterding bin ich mir nicht so sicher, aber ich würde gerne versuchen wollen, dass ich hier jetzt so reingreife, dass ich mir diesen Schmetterling hier greife und dass ich dann nochmal hier so reingreife und dann den Vogel rausziehe, dass dann zumindest hier alles links runden nach unten rutscht, dass ich dann zumindest sollte ich ihn trotz allem nicht kompetiert bekommen, dass ich dann vielleicht an die Katze oder an den Schmetterling komme, wobei eher kracht die Katze, weil den Schmetterling könnte man auch in einer Runde greifen und dann hoffen wir es einfach mal, locker ist alles schon im Vorfeld, also sollte es eigentlich dadurch kein Problem sein, aber ja, dadurch, dass die zwei sich hier verkeilt haben, ja, wollen die Marken natürlich nicht durchrutschen. Oh, na gucken wir mal, wie gesagt, ich hoffe nur, dass der Vogel nicht zu tief rutscht oder er zieht ihn, oh, oder er zieht ihn raus, ja, aber ihr seht ja leider, genau das ist das Problem, wobei wir natürlich jetzt auch sagen können, vielleicht können wir links-rechts-bewegungen es so machen, dass der Vogel jetzt dafür sorgt, dass das Ganze hier nach unten gedrückt wird, aber dann fällt der Vogel wieder rein und dann blockiert er wieder, gell? Äh, hm, ich versuche es einfach mal, also bis gleich. So Leute, es hat zwar nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, also das möchte ich leider nicht unten durchrutschen, weil vermutlich hier das Gewicht hier zu sehr nach rechts drückt, also hier habe ich gesagt, nach, ja doch nach rechts. Und, äh, ich habe natürlich verschiedene Möglichkeiten, ich habe überlegt gehabt, ob ich vielleicht hier so greife, dass ich dabei den Vogel hier mit dem Kopf so ein bisschen nach unten drücke, dass er vielleicht das trotzdem noch durchdrückt und ich den Schmetterling habe, oder dass ich hier vielleicht so reingreife, dass ich dabei halt, äh, ihn hier so nach unten drücke und dann vielleicht hier eine von den Blumen greife, damit halt hier alles, was hier liegt, das Ganze noch weiter nach rechts schieben kann, je nachdem, ob er dann halt wieder verkeilt oder nicht. Oder ich versuche den Vogel doch wieder direkt zu greifen, und zwar so rein, dass dabei dann auch vielleicht noch das hier runterfällt und ich den Vogel bekomme, ja, das ist halt so der Gedanke. Immer noch wieder überlegen, ob halt der Schmetterling da durchfällt oder nicht. Ja, und deshalb ist das Problem, was ich habe, weil ich habe mehrere Möglichkeiten und ich bin mir jetzt unsicher, was ich mache, weil ich möchte eigentlich schon das Ganze kompletieren und natürlich das Richtige tun, aber, ja. Ihr könnt von dem Video lernen, ich erst nach, äh, danach, äh, nach dem Griff und, ja, was mache ich, was mache ich. Mir wäre es halt schon wichtig, dass ich halt das hier jetzt nach unten drücke, deswegen, glaube ich, hm, ja, nach unten drücken und gleichzeitig, ich meine, ich könnte jetzt versuchen, hier reinzugreifen, kriege den Schmetterling und es bleibt jetzt so, wie es ist. Dann verändert sich hier natürlich gar nichts. Und das ist halt so der Gedanke, den ich habe, dass halt das hier schon nach unten fallen muss und man danach noch vielleicht nochmal was versuchen kann. Ich versuche mal den Vogel nach unten zu drücken, das macht, glaube ich, am ehesten Sinn, bevor ich nur noch ewig überlege. Na, komm, okay, okay. Na, Schmetterling, fällst du? Oder auch nicht, verdammt. Ob jetzt damit in den Restbewegungen was gemacht werden kann, passt der Schmetterling da durch, das sieht fast so aus, aber fast auch nicht. Vielleicht kann man da nochmal was mit den Restbewegungen machen, zumindest könnte man den Kran jetzt so zumindest jetzt noch spielen, theoretisch, dass ich hier jetzt so reingreifen würde, dass ich halt Schmetterling nach unten drücke und dabei die Katze greife. Das wäre dann so der Not, die Notsituation, wenn man halt, wenn sich da jetzt nichts tun würde. Aber dann gehen wir mal zum Training und gucken mal, dass wir da, ja, dass wir das dann komplett kriegen, gell. Los, Hobby. Hier ist euer geträgliches Kran-Spiel, viel Spaß beim Üben. Oh, ich habe keinen Bock. Warum muss es dieser Kran sein? Naja, gut. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich wieder der erste gewesen, gell. Vom Freitag hier. Keine Ahnung. Egal, ihr wisst ja, Bombengräne. Lockern und runterwerfen. Nicht verkeilen da rechts. So fallen ja die Marken nicht runter. An sich ist ja dieser Kranaufbau nicht unbedingt jetzt super schwierig. Auch mit Bomben nicht. Ja, das wäre schön, wenn der ganz nach rechtsgrüß wäre. Problem ist halt, man braucht einfach nur viele Runden. Das ist halt das andere Problem. Man sieht zwar ganz genau, wie das Ganze gespielt werden muss. Vier Runden, Minimum. Und das ist halt das Problem. Und dann kann trotzdem immer noch eine Bombe irgendwo abprallen, gell. So, seht ihr? Das meine ich damit. Vier Runden Kran. Das geht halt nicht in drei. Und selbst wenn ich dann vier Runden habe, habe ich dann immer wieder Hemmungen, den dann wirklich zu spielen. Weil es kann ja immer wieder sein, dass dabei dann trotzdem, ja, dass zum Beispiel sowas hier passiert. Und schon hat man es ein bisschen schwieriger. Wobei man auch natürlich hier die Bombe jetzt hinwerfen kann und zwei rüber wirft. Ihr seht schon. Je nachdem. Aber gut. Ist ja nicht so wild. Training war trotzdem okay. Mein hätte auch weniger sein können. Es gibt Bombenkräne oder andere Kräne. Die macht man komplett. Kriegt nur vier bis fünf Marken raus. Und deswegen bin ich da durchaus zufrieden. Und dann hoffe ich mal, dass es jetzt noch reicht, dass ich zumindest die Katze kriege. Gucken wir mal. Los, probiere ich dann durch. Hin. So Leute, ja, ein bisschen Links-Rechts-Bewegung gemacht, aber leider nicht viel passiert. Und ich hoffe halt jetzt einfach mal, dass wenn ich jetzt hier nach links gehe und so reingreife, dass ich halt den Schmetterling eher nach rechts schiebe, anstatt nach unten. Und dass dabei jetzt die Katze festgehalten wird. Sollte der Schmetterling durchpassen hier, dann fallen die vermutlich auch von alleine runter. Aber dass ich dann hoffentlich die Katze kriege. Wenn nicht, dann habe ich halt gefällt heute, gell. Gucken wir mal. Na. Mal vielleicht ein bisschen zu nah an der Wand. Okay, okay. Okay, alles klar. Gut. Also selbst wenn sie mir jetzt noch runterfällt, die fällt dann auch durchs Loch. Alles klar, gut. Dann haben wir den auch komplett. Ich weiß, ein bisschen viel darüber nachgedacht. Ich glaube, den Kran könnte man auch, wenn man Glück hat, ein bisschen in zwei Runden kompetieren. Es gab ja viele solcher Kranaufbauten. Aber ja, lieber ein bisschen auf Sicherheit spielen und ausprobieren, als wenn man dann am Ende nicht alle Marken bekommt. Oder zumindest nicht die Marken, die man gerne hätte. Und dann haben wir wieder was komplett. Also ja, Fedia, Leute. Deswegen spiele ich immer noch das Spiel. Ich ärgere mich zwar jedes Mal, wenn ich irgendwie nichts kriege. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ich dann wieder was kompetiere. Oder halt eine Marke kriege, die man halt beim nächsten Mal nicht mehr holen muss. Und das macht halt das Spiel aus hier. Also man weiß nie, was der Tag einem bringt hier bei dem Spiel hier. Ein bisschen Glück, ein bisschen Skill. Und da sieht man, dass alles noch hier gleich locker ist. Und dann gehen wir mal in die Sammlung. So, dann haben wir das Ganze. Das schöne Blumenfeld mit den Schmetterlingen. Ja, sieht doch schön aus, oder? Vor allem, wenn man dann halt wieder sagen kann, dass man wieder was komplett hat. Freut mich. Und auch das Trägen war okay, obwohl es ein Bombenkran ist. Also ich bin zufrieden. Und dann ja. Dann hoffe ich, dass der Papi wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also ich denke mal, dass man es nicht in drei Runden packen kann. Vier ist so das Standardding, denke ich mal. Vier bis fünf eher gesagt. Je nachdem, wie die Bomben fallen und wie die Marken fliegen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.